Hallo, hier zeige ich euch meine nächste Deko-Idee wie draußen. Und zwar ist es ein uraltes Fahrrad, was ich an unserem Gartenzaun mit Draht einfach befestigt habe. Und als Pflanzgefäße sind das Zinkeimer. Das wirkt extrem originell, einfach, und ihr habt immer etwas Besonderes. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.